Wir fahren jetzt durch die sogenannte Goldene Kurve der Gehrenkracht. Im 17. Jahrhundert, unserem goldenen Zeitalter, runden hier die reichsten Kaufleute und ihre Gänse. Normalerweise sind die Häuser 6 Meter breit gebaut. Hier stehen jedoch viele doppelt so breite Häuser von über 12 Meter Breite. Diese Häuser haben zwischen 20 und 40 Zimmern. Oft befindet sich an der Rückseite ein großer Garten mit Rutschhaus. Die Gesetze sind mit Figuren und Romilienwappen platziert. In den 17. Jahrhundert, oder Golden Age, die reichen Merchants und Regenstern von Amsterdam lebten hier. Die Häuser in die Zeit hatte eine gewisse Höhe von 6 Meter, oder 80 Meter. Aber along dieses Kanal, viele doppelt Häuser waren mit Höhe von 12 Meter, oder 36 Meter. Die Häuser haben 20-40 Meter, viele mit einem großen Garten und Coat-Haus. Die Häuser sind oft gekämpft mit Stattungen und Family Coats of Arms. Die Häuser sind oft gekämpft mit Stattungen und Family Coats of Arms. Daher ist sie auf die Totsch werden. Dutzendorf und Bürger in Fr. Die Häuser der Stattungen des MDR Heutzutage ist ein ganzes Kartenhaus, mit Privatleute vollenommen bezahlbar. Darum haben sie bei den Falkenraten auf die Sicherheit geholfen. Einige Häuser werden auch aufgeteilt und zu Privatabwörtern ungeschlossen. Diese ganze Zeit werden sie auf dem Lagen besuchen. Vielen Dank.